Und es geht zu den Toad-Leveln bei Mordrewald. Ich freue mich ungemein. Ich hoffe, wir kriegen wieder tolle Charaktere, wie Peach und Rosalina. Vor allem, ich glaube einfach, dass das jetzt in diesen Toad-Leveln einfach alte Welten sind, die ein bisschen verschwert wurden, sondern mit Nacht einflüssen. Ja, dann, dann geh mal rein und wir finden es heraus. Okay. Man, ich freue mich drauf. So, wir randomizen wieder. Oder, nein, ja, wir randomizen, komm. Oh ja, Standard. Standard. Oh, was? Okay. Achso, wir müssen einfach... Ah, verstehe. Das sind wirklich alte Level mit neuen Herausforderungen. Aua, ich bin tot. Das Level hatten wir ja schon mal gehabt, weißt du noch? Ja, 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 ja. Das ist halt eine neue Herausforderung, weil wir jetzt Zeit holen müssen und dann das Level-Hütte spielen müssen. Vor allem, es gibt die grünen Sternenschein. Oh nein. Ich wollte einfach gerade... Ah, um! Ja, warte mal, wir müssen weiter. Ja, da war Zeit. Vergiss die Zeit. Nein, wir brauchen Zeit. Wow, wo kam der her, der Starry? Oh, ne, ja. Ich bin ja schon da. Ich brauche dich und die Zeit. Okay, ich merke schon, dass das interessant sein wird. Boah, wenn alle jetzt etwas solche Erschwerungen kriegen, wie von wegen, ja, ähm... Oh, ja. Wenn jetzt alles so Erschwerungen von wegen, wie Zeit bekommen, dann ist es irgendwie schon langweilig teilweise. Ja, aber... Das ist okay, wenn es sein muss. Na ja, geh da mal rein. Ich geh zwar davon aus, ist da irgendwie noch wie, was mit Katzen ist, aber... Na ja, wer schon... Ja, die Katzen... Ja, die Katzen... Feuerblumen sind hier, in dem Level sind Feuerblumen. Aber Katzen. Nein. Hm. Okay, du und lange ich geh oben lang. Äh, andersrum. Ich bin tot. Äh, wieso macht der Archibald 3, warum macht er keine, ähm... entweder die eigentlichen. Aber warte, die Röhre raus, ob man reingeht, geht vielleicht. ... Dann geht da rein. Schnell. Ja, du und mal ab. Oh, oh, oh. Zeit. Ich war es gleich. Schnell... Da oben ist er... Genau, nein, nein, nein... Wolle, du und ich geh in die Röhre. Na ja, warte mal. Mach mal Geduld hier. Also... Ja, äh... Wow. Ja, das war's gleich. Soll ich's mal aufbauen? nee das geht schon wir haben ihn das war einer den wir verfehlt haben genial oh gott kein problem ich ihnen schaden wir haben zeit das ist und was ist das ende ist nah wir haben ein schnell weniger das war es ja 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 das war ein tolles level ich hätte gern katzen die nacht ist noch jung wo ist eigentlich der zweite stern ja hat man übersehen vor lauter hast die level an sich verstecken und die sterne nicht irgendwie besser die haben man hat aber noch mehr zeit druck und vergisst sie deswegen okay also es ist keine gute erschwerung aber es ist okay ich will überall flammen und stacheln siehst du das sind aber nur alte welt mit einer schwerung und ja 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 ich hab schon verstanden ich würd's nur sagen warum sagst du mir dreimal das ist ein bisschen so wie in 3d land da gab es dasselbe auch nur halt mit allen leveln hier gibt es nur ein paar ausgewählte ich habe 3d land ich habe 3d land nicht durchgespielt mit dem ja da hatte ich einen bock drauf aber egal so ist es halt wie gesagt erwartet mit einer ausgewählten welt nämlich allen ist hier kein intern nein ok aber war der stempel stempel also was wo ist er denn ich dachte er wäre der stempel vielleicht vielleicht muss er sicher sein aber diese blöden stoffe ich sie sind echt neffe nicht wahr schlecht hin irgendwo an der kiste könnte sein was zeit anstern sehr gut mach irgendwas da oben ist dabei kann man hochlaufen ja egal wir laufen da hoch ok ok da kann man hochlaufen komm mal her wir probieren das mal was da könnte der stempel sein was ja ich mir da mal da hoch wie denn du eher komm hoch komm doch bitte was willst du denn hier da warst du ich da ich dachte du wärst da unten wir sind eh tot ah da ist rannik ok ja das ist schon ok ich will ich will kein leben verlieren ich wollte auch nur gucken ob da unten was ist ich sagte doch da ist nichts man muss es doch einfach nachschauen doch einfach mal auf mich ja aber ist doch gar wenn da was gewesen wäre wenn da was gewesen wäre was dann wenn 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 ja doch du es alles gucken daraus bestehen diese spiele wo man einfach sachen erkunden muss weißt du wir haben da definitiv eine andere einstellung spiele bestehen daraus dass du sie erkundet ist nicht aber durchrennen ist der speedrunner ja ich bin slowrunner die kunde liebe oh den stellen wollte ich mir gerne vielleicht wird mein leben dann stop warte ich will das leben holen mein gott lass mich doch wir haben doch genug leben wir haben keine zeit für so was natürlich haben wir zeit für so was wie der aber keine leben das wissen wir haben keine zeit für leben wir haben vor allem genug leben ich wollte das nicht haben ich wollte das nicht jetzt schlägt er mich da runter damit jetzt den starr ist kolle und die zeit ich muss da runter geht da rein der war weil ich ja doch bist du was sicher okay da ist nichts wollte man kurz gucken hätte sein können was ist jetzt haben wir die kunst denn wenn das wieder steppeln noch ja aber ich brauche noch gold geht dran immerhin das war ja du bist der stempel halt jetzt aber ich merke schon dass diese welt stressig wird das problem ist halt dass das jetzt so ein level ist dass man halt eben immer wieder machen muss ja mit geschwindigkeit halt eben drei sekunden ja diese zeitbegrenzung was relativ wird eigentlich ja aber ich will kurz gucken was denn hat das ist ja wirklich ein stempel ne es hat gar keinen stempel zum mann echt nicht da das ist doch ein stempel symbol es hat gar keinen stempel und das hätte ich auch keinen nee die haben keinen stempel die welt bekommen wie die meint weil wir die schon gemacht haben die kein stempel manu aber grün stellen ja aber grün stellen ganz toll oh ja die 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 kletterei am stachel haben die war toll ich weiß es nicht was sie haben wir vorher haben wir zeit was ja hier musst du jetzt das level nicht durchspielen ja weil das war halt nur ein einziges mal wo man halt eben bekommen hatte was wir jetzt brauchen müssen ist ein bisschen dieses dinger suchen das ist das versteckt wie billig ja ist doch ein lustig schauen wir mal nach ob wir das finden wollen wir nicht mehr hetzen immerhin das warum ist denn ich tue jetzt habe katze irgendwie ja ungefähr ich will kürzen hast du dir nicht geholt achte ich gehe da runter ja ja mal das auf so ein bisschen gedauert würdest du dann dass das was wachen aber das grün stellen okay ich bin knapp und du wärst in der mitte irgendwo stehen oder so das ist irgendwie nicht genau so wie in der welt wie damals das gibt es doch warum versuchst du nichts ja die sache ich komme da nicht so leicht dran er wusste ja dass der herr ist der herr ist auf der plattform das war ich dachte würde power schuldig ja wir haben schon mal einen verpasst irgendwie ja nee die sache ist das ganze was denn was ist das eine glocke ach so dass es so dass es wie in 3d dann quasi dass das spezielle item in dem spiel kriegt aber halt dann noch mal mit mit einem stein starten denkt oh wow also nichts besonderes ja das spiel lässt einen da nicht hochgehen wie gemein übel verdammt ich werde da unten am mordet warum da war ich ja mit der mülle in der blase kommen die umständliche tue da oben müsste das letzte sein und auch irgendwo müsste ein grün stellen sein da oben hätte er schon nach ich klicke dort muss man runter gehen mit einem stoßangriff moment ich habe das gleich das war so verdammt nein was tust du da warum tötet das ist auch da hinten und alles von vorne heim ja das ist schon ok finde ich nicht wir müssen eben ein kuschner auf hinten irgendwo war sie hätten wir auch auf dem rückweg gefunden ja ich weiß aber das ist doch ok das stört doch mich schon warum stört ich das doch hast du keinen spaß für die kürzen hilfe hast du keinen spaß warum gehst du so weit vorne bitte deswegen habe ich keinen spaß mehr weil bitte ich will mir eine katze holen würde die katze alles sind die super katzen ja nur noch mal ein aber gern hoch aber ihr könnt ja noch den kunden der einen kuscheln wollen ja da freue ich mich nicht du freust dir nein auf geht's und da ist wie schlecht wie wir die selbe ideen haben was es holen angeht auch hier professionell jetzt haben wir sie an der tritt ist und oben das passt doch jetzt schon wir haben alles alles ist wieder das die wo das spiel sagt auch schön ok danke meine katze rufen bleibt bleibt da oben bitte das kann man doch ohne katze und wird mir ziemlich sicher ja wobei warte kommen wir doch wirklich hoch ja ähm ganz schön genau ich hab'n geh und dann müssen wir da oben drauf und dann kann man ganz oben das team nehmen wir noch mal yay ganz am anfang dann kommt man an den anfang ja so level ist es eigentlich aber es ist einfach nur ein neues level wirklich schwerer ist das nicht wo ist dir yay war das hier was noch nicht ja jolo ach komm schon das wäre viel cooler wenn man alleine hier wäre glaube ich auch oh der würde mal runter springen der würde mal runter springen so dauert nicht ab sehr gut weil es ist ein bisschen ab und genau in den abgrund laufig rein war es so gut so jetzt sind wir dann am ziel glaube ich ja ja mach du das ich bin oben yay oh man das ist irgendwie doof das der weiß nicht irgendwie schwerer es war einfach nur nochmal da ja das war irgendwie sinnlos naja von mir aus ist halt immer da naja mal schauen was im nächsten level für eine wunderbare idee kommt was game over so wie der bahnung gekriegt keine kleine kanzler ich mag diese diese mir was dinge knapp yes ah ähm nebenbei es gibt 360 grünständiges spiel ja passt doch wollte ich kurz erwähnt haben das ist doch schön die hießen das eigentlich klettereim starrelang und flucht geh doch mal dahin warum einfach so oh die gefährlichen schattenspiele 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 oh ja ja wir müssen nebenbei dieses spiel auch nicht durchspielen wenn du hier bist ich kann es auch alleine ben es wäre zwar schade nein das ist aber lame es wäre zwar schade aber das ist doch ok was ist das denn oh komm mal her komm mal her jaj das ist so einfach ist das ich habe noch eine idee aber meine ist guck mal anders machen ja bitte auch der hat irgendwie grad nicht gemacht was ich machen wollte viel da hoch gehen komm mal her drück L es soll da oben sein nichts gar nichts hätte ja sein können dann weiß ich ja nicht warte ich kann dir hier hochhelfen wir haben ein Zeitlimits auch wir haben Zeitlimits ja weißt du doch wow warum kann ich dir hier nicht helfen ah du tot nein ich will da mhm brand wieso kann ich dir hier nicht helfen das ist erschrecklich also ich meine ich kann dir nicht helfen in Form von dem ah ok das ist los das sind ja noch mehr von dem Gumbas wie komme ich hier raus jetzt höre sie ja wie oh 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 wow kann das sein dass es eine endlose schleifern um was war kann 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 gut sein ja das ist das ist irgendwie doof feuerblumen hype ok nochmal da oben das geht schneller wenn wir das erst mal den da hier kann ich dir helfen irgendwie ja dann mal hoch achso anscheinend gibt es hier mehrere Dimensionen wieder ja klar würde man das nicht sehen was hast du denn ich versuche hochzukommen das hat irgendwie besser von zu bringen ja glaube ich auch jetzt endlich Gott sei Dank warum ist das schon wieder so eine weltseite und mal einen zeitdruck hier das doch du holst du mal das ding da das hast du irgendwie irgendwie auch geschafft das Problem ist halt ich kann die zwar töten aber das bringt wie vor allem endlos schleifern Gumbas ist guck ich töte Gumbas und sie kommen immer nach es sind keine Ende aber es ist ein Ende ah wir können beide aber wir haben ja auch alles wieder ja ja das war schon irgendwie das war unspektakulär das ist irgendwie so cool jetzt kann das sein wieder hoch ja sehr schön Gott sei Dank ich denke wir sterben daran was bitte nein ich hab mich so getraut ich hab mich so getraut yes sehr schön wir kamen soweit es wäre so schön gewesen hätten sie noch ein Captain Toad level recycelt vielleicht gibt es ja noch einen Captain Toad er tapten Toad er tapten Toad er tapten Toad er tapten Toad tapten Toad oh ja es war naja das war nicht so lustig wird so es war ok aber was haben wir hier denn noch oh noch ein Geisterhaus oh Gott so wollen wir das noch in das rechte Level da rein ja ja was schon in die Floßfahrt zur Geisterstunde oh ja also halt nachts ja Geisterstunde ist nachts das ist wieder noch realistisch oh oh Licht yes yes ah nein das Floß da ist wirklich ein Floß da bist du schon früh stimmt ja weiß ich das habe ich irgendwie weil das verpasst das ist ja passt schon ah das ist kein Corn in Level das einzige was ich scroll das ist halt das Floß aber das ist schon ok irgendwie bin ich hier oben ist das ok das passt schon so ok die Neuerung an dem Level ist scheinbar dass es nachts ist aber mir gefällt das das sieht schön aus hier es gefällt bei dich nur weil es nicht da ist es braucht mehr Taschen dann im Level ja die sind toll die Level oh das Floß das Floß fliegt uns weg also das heißt es fliegt uns weg aber es haut ab es kommt aber ein neues ich hätte mir sagen können dass da noch eins kommt das wusste ich doch nicht ich auch nicht ich meine das Spiel hätte es uns sagen können ich würde ne also das finde ich gut in diesem Spiel es gibt aber keinem zu tun du bist einfach 1 4 3 geworben ich bin das gut ich bin das gut boah da voll das ein Goos ah mach sie weg warum bin ich jetzt tot mach sie weg ich weiß nicht warum ich tot war da oben da oben oh Gott ah nein oh 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 okay oh wir haben es geschafft das war ich mir nicht so schwer ja machbar ja machbar Captain Toad nein oh Gott er hätte Geld für uns gehabt ach witzel er winkt uns zu das finde ich gut oh der Captain Toad glaubst du wir schaffen noch ein Level klar okay dann machen wir es nicht sehr lang oh ja wenn man mal nicht wieder so ein Zeitdruck Level hat sind die relativ naja kurz und toll irgendwie ja ich mag das wenn die so kurze Herausforderungen sind das ist in Ordnung finde ich ja aber trotzdem das ist einfach so Recycle das ist das machte ich in 3D dann schon nicht so wirklich aber es gibt ein paar ne also das versteht mich nicht falsch das Taschenlampen Level grad war toll aber oh ja das Haus aber viele Ideen nein das Haus das Haus meine ich das Haus ohne Haus und das Haus ohne Haus ja aber ich glaube das würde etwas länger dauern ach komm wir machen das noch na gut scheiß drauf wir machen jetzt wir müssen wir müssen lange Folgen machen wir müssen das noch schaffen irgendwie ah mein Gott yes oh ja ich kann nicht kämpfen ich muss festhalten tsch ne einer ist weg und äh dann spring ich halt drauf danke ok hier ist wir haben so ein Bowser Ding was kommt das gar nicht scheinbar cool ja oh ich mag das Level ich frag mich was ich je geändert hast mit Geld oh ein Gegner wahrscheinlich er wird auch nicht drauf gesprungen das wollte ich ihn nicht töten war nicht meine Absicht oh gib es doch zu das hat eine volle Absicht ne nämlich weil das ein Baseball und töte Gegner ja unfassbar stil voll ohr auch guck mal was spür oh oho da ach so ich weiß wieder auch wieder reinkomm oh ja ach dass ist so eine Level wo man sich Dinger holen muss also ich bin der richtigen ich warte auf dich ist er gedrückt sehr gut ok diesen pilz für dich noch kein grün stellen gefunden sein das ist auf jeden fall toll egal was was würde sagen oh ja gibt doch aber da bin nur ich so schön dass es geht hier muss kann man nicht so viel reden ja ich war das denn sehr gut geht er raus gott aber das geld das geld ist vollkommen egal dann kommen wir auf dem weg ich muss noch meine meine mein ball tragen wir haben zeit der will mich angreifen ist doch egal ok jay weitermachen warte mal da war schon wieder mal da rein und noch mal die stelle bitte aufs dach ein helles dach mein leben das wird nichts mehr das war nicht so gut aber wir haben doch selbst bei stütte dich töte dich wir haben so einen safepoint allerdings ich mag die töte die strategie aber dann können wir mich will ich aber nicht umbringen gut war der stopp das war das und er ist vorbereitet er wird für das aber der rechte scheißteater gibt keiner mag dich du blöder hallo kerl das habe ich alles selbst gemacht hier ich konnte nichts machen die haben mich geschmerzt geschmerzt ich denke ich habe auch nichts mehr wissen das war aber warte doch mal warte doch mal witzel ich hasse es geausscreen zu werden ja was hast du noch holen ich wollte nur dass das dass die kamera auch nicht ein bisschen sie müssen können aber ach so jetzt wollen sie sogar dass man das level überspringen der stelle hier war das liegt aber ein grüßchen fehlt noch warte mal finden wir noch drauf manu hier muss irgendwo unten noch was sein wahrscheinlich wir gehen ja mal runter ich habe warte flächende andere seite ja warum noch mal gucken darf vielleicht das habe ich getan du hast du mit deinem dagegen gehauen das bringt was der grün stellt ist wichtiger als das geld aber das geld nein das geld bringt es nicht kommen hoch lasst falle verlieren das das ding nicht oben dran manch hat das ich habe das also noch ein leben warum ist dann deine wolke wahrscheinlich immer eine wolke oder so einem fliegenden ja das sah das sah so aus finde ich gut das ist ein schönes level ah ja dieses hause wäre schön karte 5 cm was wo finde ich den stempel es gibt keine stempel mehr es gibt kein stempel das ist toll knapp was sie noch so viele extra welt das ist ja schlimm ja aber die sache es halt es gibt ja 360 grünen sterne jo das sind auch sehr viele welten ja das sind sehr viele wirklich das wobei wieder zehn sternen abziehen können nach dem rätsel aus da unten stimmt ja machen wir das auch noch oder was jetzt nicht mehr aber ich wollte sagen auch ganz klar ja nicht wahr das habe ich auch gemerkt ist übel aber okay da würde ich sagen bis zum nächsten mal im nächsten ding gibt es ein geisterhaus und warte das haus oder haus es gibt ein geisterhaus und rätsel haus oder haus und rätsel okay dann tschüss 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 Vielen Dank.